Die Tänzerin hat noch gefehlt. Eine gelbe Nesselqualle. An den Steilklippen Seeanemonen auf jedem Quadratzentimeter. Das sind Röhrenwürmer. Würmer in Röhren eben. Das Wasser ist kalt, aber nicht eisig wegen des Golfstroms. Daher dieser Andrang an Lebewesen. Eine Steinkrabbe bei der Arbeit. Immer schön langsam. Ein bisschen bunt darf es auch sein im Korallengarten der Wikinger. Ein Lippfisch. So Freunde, jetzt geht es in die Tiefe. Festhalten. Das ist mal ein richtiger Hai. Und den Kollegen kennt man sonst auf Eis. Vom Gala-Buffet. Der Kaisergranat in seinem Habitat. Ein Schleimaal. Der Fisch heißt Knorrhahn. Trippelt mit Flossenstacheln über den Grund. Wenn man den Knorrhahn aus dem Wasser zerrt, knurrt er übrigens wirklich. Der Kaisergranat ist nur auf dem Buffet mit Artgenossen verträglich. In lebender Form verteidigt er sein Revier wie ein Löwe. Gegen jeden Eindringling.